Kann man schon sehen, wie man so schießt. Jo. Krischlein einfach in ihn rein, am besten. Super, ich will Krischlein. Wir sollen danach seine Sniper nehmen. Geht danach bestimmt noch weiter. Hier könnte er jetzt jederzeit irgendwo kommen. Schön mit dem Schnee gelehrt, bei oberen Bergen. Noch schießt nix. Hier oben landen wir runter, oder? Ich flieg erst mal runter zum Airport. Wo schießt es? Irgendwo links von uns. Er ist auf jeden Fall hier links im Wald. Oder? Aber was zum Teufel war das für ne Sniper, Alter? Stimmt ne AS-50, die uns gleich den Hedi mit einem Schuss zersammelt, Alter. AS-50, ja. Auf dem Stein vielleicht? Na, wir landen, wir gucken uns das an. Genau. Zeit. So. Dann kam es dazu. So. So. DieС…. Derkart. So, Heimerkopf über die Kante strecken. 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 hallo ich hab grad kein atem mehr oh nein mo er schießt auch um mich ja hälfte blut hälfte uhr ich hab weniger als hälfte blut inzwischen also ich lebe bin nicht in ohnmacht oder so aber ich musste mich grad bandagieren weil er hat mich ganz schön hart getroffen und jetzt beschreiben wir das noch mal am ende des airfields richtung ekaterie richtung jahres lauf sind doch zwei steine hier auf dem hügel ich kann es kann zwar gar nicht hingucken aber ich werde gleich mal gucken ich bin der jene morphine nehmen also ich hab oh gott er schießt wieder auf mich ja ich stehe gleich hinter ihm jetzt hat er aufgehört er sieht dich nicht mehr doch der sieht mich ja dann wird er weiter schießen jetzt sieht er dich wieder stehst du langweil dran oh nein das ist er er zielt auf mich der hat ein gillie ne jetzt schießt er wieder auf dich er ist down er ist down ja ja ich brauche dringend blackback und du wahrscheinlich auch ja die mission sagt uns also ich bin hier unten auf dem stein take your reward at the snipers body die m24 oder sind shit verarschen mhm hier macht schon wieder lustig missionen mhm ich will jetzt auch mal eine machen also ganz ehrlich wenn das alles ist denn wenn der jetzt hier immer steht an der stelle äh ja cool also er hat nichts in seinem körper drin an loot wahrscheinlich kann das nur der mit dem bda oder wir haben beide bda ist egal und außerdem kann das jeder ja take your reward near the snipers body okay nicht in the snipers body ich hab in verstanden könnte auch sein dass ich es gesagt habe ja passt auch aber wo ist hier die fucking kiste ein spotterschwein scharf also ich wüsste nicht wie ich es dir hätte besser erklären sollen ich meine du hast es ja im endeffekt gefunden aber hast du die kiste gesehen nö ich geb mir erstmal ein blatt weg dann seh ich wenigstens noch was ich habe keine mission mehr übrig alle abgeschlossen soweit möglich fertig ist es genau hinter die übriges krischen äh oder oh vergiss es du bist der typ das wäre eine storage box die kiste ist hier links von zwischen den beiden steinen zwischen den ganzen tann ist nur tatsächlich eine m24 nur drin und ein gps das willst du hier reingucken fürs video ja ne wo geistert ihr rum gerade die mission gemacht wo seid ihr geiler loot oder absolut göttlicher geiler loot wunderbar können wir wieder gehen und wo seid Ihr habt was wahrnicht verstanden Vielen Dank.